Tja da wurden sie ziemlich hinters Licht geführt, die Einwohner der Stadt Avonlea. Gelockt von der Vorstellung Gold zu finden, war jeder Bewohner der Stadt bereit 150 Dollar irgendwelchen zwielichtigen Typen anzuvertrauen. Und das war ja ein großer Betrag in der damaligen Zeit. Doch die Verlockung des schnellen Reichtums hat diese Menschen blind gemacht für alle Warnsignale. Und in unserem Glaubensleben ist das eigentlich ziemlich ähnlich. Weißt du, es ist die älteste Masche in der Geschichte der Menschheit. Schon in der Bibel lesen wir, wie der Teufel den Adam und die Eva köderte mit einem leeren Versprechen. Wenn ihr euch nur von Gott abwendet, wenn ihr in diesen Apfel beißt, dann wird es euch gut gehen. Dann werdet ihr selbst werden wie Gott. Und die beiden, die haben in diesen Köder reingebissen und rasselten direkt in ihr Unglück. Und diese Masche, dieser Köder, der funktioniert heute auf die genau gleiche Art und Weise. Wir Menschen, wir sind in einem regelrechten Goldrausch. Wir denken, dass wir das wahre Leben überall finden, aber nicht bei Gott. In unserer Arbeit, in der Karriere, in der Freizeit, mit Freunden, im Reichtum und im Wohlstand. Doch für die geistliche Realität, dass es einen Gott gibt, der uns echten Reichtum geben will, dafür sind wir blind. Nun gibt es aber immer mal wieder Menschen, denen gehen die Augen auf für diese Wahrheit. Diese Menschen, die erkennen, hey, das ist alles fake, stimmt alles gar nicht. Das wahre Leben, das findet man nur bei Jesus. Er ist es, der uns echten Reichtum geben kann. Der ist es, der uns Heimat, Identität geben kann. Aber noch viel wichtiger, Jesus ist es, der unsere Schuld vergibt und der uns die Türe in den Himmel aufschließt. Und wenn du solchen Menschen begegnest, die sagen, hey, ich habe die Wahrheit erkannt, dann hast du eigentlich zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst so reagieren, wie die Mutter von Annes Freundin. Du kannst sagen, hey, das interessiert mich alles gar nicht, lass mich damit in Ruhe. Oder du kannst so reagieren, wie die Marilla, die Stiefmutter von Anne. Und du kannst glauben und du kannst von deinem falschen Weg umkehren. Weißt du, vieles von dem, was diese Welt uns anbietet, ist eigentlich ein bisschen wie dieses Katzengold. Es kann dich zwar kurzfristig befriedigen, aber spätestens, wenn du dein Leben hier auf dieser Erde beendest und wenn du vor Gott stehst, wirst du erkennen, dass dieses ganze Katzengold wertlos ist. Jesus ist es, der dir echtes Leben gibt. Er ist es, der für dich am Kreuz gestorben ist, der dich mit deinem himmlischen Vater versöhnt und dich zu einem Kind Gottes macht. Möchtest du diesen Jesus in dein Leben einladen? Schau doch mal vorbei auf der Bibel TV Webseite. Gerne helfen wir dir in diesem wichtigen Schritt.